Vor vielen tausend Jahren war Mallorca ein einziger Steineichenwald. Niemand weiß, wer die Inseln damals bewohnte. Schriftliche Überlieferungen gibt es aus dieser Zeit nicht. Der einzige Beweis, dass es in der Zeit Lebewesen gab, ist eine bei Ausgrabungen entdeckte Zwergziege. Irgendwann einmal begannen die Menschen auf den Inseln Häuser zu bauen. Riesige Steine wurden aufeinander geschichtet, die Archäologen nennen sie Talajotz. Doch es ist nicht bekannt, ob die Menschen darin wohnten oder ob sie religiöse Orte eines unbekannten Kults waren. Vielleicht handelt es sich auch um immens große Grabstädten für die Verstorbenen. Dass man in den Steinhäusern Tonscherben von Essgeräten fand, beweist keinen eindeutigen Verwendungszweck. Es kann sein, dass sie zum Kochen von Mahlzeiten dienten. Man hat sie jedoch auch den Verstorbenen auf ihrem Weg ins Jenseits mitgegeben. Die Geschichte der Talajotz kann nicht mit Hieroglyphen entziffert werden, wie die zur gleichen Zeit entstandenen Pyramiden Ägyptens. Die Geschichte ist weitergegangen. Doch die Steine sind geblieben. Keiner kann sich heute vorstellen, wie die riesigen Steinquadern in einem Zeitalter bewegt worden sind, in dem es noch keine Axt, kein Rad und auch sonst keinerlei Werkzeug gab. Was ist in den Jahrhunderten, in denen sie stumm dort liegen, in ihrer Nähe geschehen? Haben sie miterlebt, wie eine arabische Prinzessin den Sarazenenfürsten küste? Haben sich hinter ihnen Piraten auf dem Weg zur reichen Beute ins nahegelegene Arta versteckt? Wenn man die Talajotz besichtigt, so werden keine Fragen beantwortet. Es sind geheimnisvolle Orte, an denen sich wohl jeder seine eigenen Fragen stellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017